Liebe Blog-Freunde, heute als YouTube-Video-Hörbuch Die Geschichte der Ortsgruppe Vielfalt im Harz 2035, früher war Partei, jetzt ist Solidarität Besuch in Vielfalt im Harz Im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts hat sich das, was sich früher Parteienlandschaft nannte, vollständig verändert Als ab 2020 die Mitgliederzahlen der Parteien immer drastischer Abnahmen Wobei gleichzeitig der Anteil der Mittel oder unmittelbar von der Partei finanziell Abhängigen in der Mitgliedschaft Durchschnittlich von 15% im Jahre 2014 auf zunächst 50% im Jahre 2020 Und dann sogar auf 80% im Jahre 2024 Anstieg Traten immer größere Gegensätze zwischen den sozialen Bewegungen und Parteien zutage In Bayern und Rheinland-Pfalz kam es nach den sogenannten Kulmbacher Krawallen sogar zu gewalttätigen Auseinandersetzungen beider Lager In einem widersprüchlichen, aber produktiven Prozess Verschmolzen über viele Jahre hinweg die Strukturen von Altparteien und neuen sozialen Netzwerken Dies als Vorbemerkung zu unserer Reportage aus dem Basis-Netzwerk der Ortschaft Vielfalt Wir schreiben das Jahr 2035 Die Ortschaft Vielfalt liegt am Ufer der Elbe, die seit 2030 an dieser Stelle ganze 4 Kilometer breit ist 99 Nationalitäten wohnen in Vielfalt friedlich zusammen Die Wahrzeichen sind die mittelalterliche Kirche und das Windradmuseum Das die ersten, heute unwirklich bizarr anmutenden Modelle aus der Frühzeit regenerativer Energieerzeugung In einzigartigen Exponaten versammelt Vielfalt war bereits seit 2022 CO2-neutrale Kommune Und beliefert inzwischen viele andere Umlandgemeinden mit sehr kostengünstigem Solarstrom Das Kreistheater war nach seiner Schließung 1995 im Jahre 2025 wiedereröffnet worden Und finanzierte sich seitdem selbstständig aus dem Erlös des 2 Hektar großen Solarparks Den es als Anschubgeschenk von der Kommune erhalten hatte Seit 5 Jahren haben sich etwa 120 Bürgerinnen und Bürger von Vielfalt im Ortsrat der Solidarität vereinigt Die Vereinigung Solidarität Solidarität war der Name des Parteien- und Organisationsbündnisses Das sich 10 Jahre zuvor nach einem 7-jährigen Fusionsprozess gebildet hatte Aus den größten Teilen der Linkspartei-Demokratische Linke Der demokratischen Linken 21 in der SPD Den Linksgrünen Den Sozialpiraten Großen Teilen der Gewerkschaft Verdi Überwiegend jenen, die vor Jahrzehnten damals die IG Medien umfasst hatten Den Resten des früheren Sozialverbandes Volkssolidarität So wie vielen Gruppen der linkskatholischen Pax Christi Bewegung Und den meisten Karl-Barth-Kreisen Die sich ab 2020 Nach der überraschenden Wahl von Margot Kessmann und Bodo Ramelow Zu gleichberechtigten Sprechern Des Gläubigen Rats Der Evangelischen Kirche in Deutschland Überall im Land als befreiungstheologische Basisgruppen gegründet hatten Am aktivsten Am ideenreichsten Am freundlichsten und mit schier unversiegbarer Konfliktlösekompetenz Hatten sich dabei zwei Gruppen gezeigt Die Amazonen Eine Frauenbewegung, die Frechheit und Selbstbewusstheit Der feministischen Bewegung des vorigen Jahrhunderts Mit Anmut, erotischer Fantasie, Zartheit und Lebensfreude versöhnten Und die Bewegungen der Menschen mit Handicaps Die sich in stoischer Ausdauer immer und überall Als Anwälte der Minderheiten zeigten Und mit der Losung Anders bereichert So manchen scheinbar unlösbaren Konflikt Ins Konstruktive zu wenden wussten Das Bündnis hatte sich nach 15 monatigen Befragungen Workshops, Bürgerabstimmungen Mitgliederentscheiden, Mediationen Den Namen Solidarität gegeben Weil nach Meinung der meisten dieses Wort Den allumfassenden Überbegriff bildete Für das, was nach 50 Jahren Neoliberaler Zerstörung Wirtschaftlicher, ökologischer, geistiger und sozialer Strukturen Jetzt anstand Die Entwicklung einer solidarischen Ökonomie Die Versöhnung von Mensch und Natur Durch weitere Ressourcenersparnis Und regionale Wertstoffkreisläufe Die Versöhnung der Generationen, Ethnien Unterschiedlichen Glaubensrichtungen Und unterschiedlichen Lebensentwürfen Sowie sexuelle Orientierungen Und die Entwicklung solidarischer Sozialbeziehungen Zur umfangreicheren Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern In den gesellschaftlichen Entscheidungsprozess Und dies nach demselben Prinzip Wie schon seit 2025 Die Energieversorgung organisiert worden war Dezentral, regional und selbsterneuernd Und schließlich die Entwicklung einer Kunst und Kultur Die solidaritätsstiftend sein Und zugleich grenzenlose Vielfalt ermöglichen sollte Diversity Culture Das war das neue Schlagwort Für kulturelle Äußerungen Die aus unterschiedlichster Sicht Die Facetten der Gemeinschaft Als die wichtigste soziale Energiequelle So die Bundessprecherin der Solidarität Güler Ilmas 31 Erlebbar machen sollte Wir besuchten In der Stadt Vielfalt im Harz Einen Basisrat der Solidarität Und erlebten 10 wunderbare Tage Nur noch eine Hierarchie Und die vom Kopf auf die Beine gestellt Am meisten überraschte uns Die einzig verbliebene Hierarchie Während die meisten Projekte In einem engmaschigen Netzwerk Organisiert wurden War die noch vor 15 Jahren bestehende Vorstandshierarchie Vom Kopf auf die Beine gestellt worden Aus der Erkenntnis heraus Dass eine solidarische Politische Kulturell und emotional aktive Kommunale Basis Das wichtigste Modul Der solidarischen Gesellschaftsveränderung wäre Wurden neue Glieder der Gemeinschaft Die soziale Lenkungsaufgaben Übernehmen wollten Zunächst zum Praktikum In den Länderrat Delegiert Wo sie nur die Aufgabe Der Koordination von 400 Basisräten Und 75 Kreisräten In Brandenburg zu vollziehen hatten Sobald diese Aktivisten und Aktivistinnen Eine gewisse soziale und Methodenkompetenz erreicht hatten Wurden sie entsprechend Ihre Orts- und Themenwünsche In Kreisräte gewählt Die Kompetentesten aber Jene Mit natürlicher Autorität Der größten Empathiefähigkeit Methoden Und Konfliktlösekompetenz Sie wurden dann Den Ortsräten Zur Wahl vorgeschlagen Nur die ganz Alten erzählten von Zeiten Wo es unsinnigerweise genau umgekehrt gewesen war Sobald jemand außergewöhnliche Fähigkeiten gezeigt hatte War er die Stufenleiter Die damals nach oben zeigte Hinaufgereicht worden Das ließ sich nur mit der dummen Annahme erklären Der damals noch viele Menschen anhingen Die Spitze der Hierarchien Leisteten die wichtigste und schwerste Arbeit Und nicht etwa die Basis Wie es nun Täglich bewiesen wurde Zirkelnetzwerke Stadthierarchie Ansonsten aber erlebten wir die Solidarität Als vollständig hierarchiefreien Raum Natürlich verlangte dies viel Menschliches Engagement Einfallsreichtum Kreativität Und auch Zeit Um die Wünsche der Einzelnen Mit den Notwendigkeiten der Gemeinschaft In Übereinklang zu bringen Konflikte gab es Wie Sand am Meer Eine Zeit lang hatte es sogar ein Ranking gegeben Welcher Kreis die meisten Konflikte bearbeitete War am angesehensten Aber als Rankings In der allgemeinen Wertschätzung geächtet wurden Wurde auch dieses Überbleibsel der Vergangenheit abgeschafft Die kurz nach der Jahrtausendwende Die kurz nach der Jahrtausendwende entstandenen sozialen Netzwerke Die es damals ausschließlich im Internet gab Hatten die Blaupause für die Organisationsstruktur gegeben Circles Zu deutsch Kreise Bildeten sich Überschnitten sich Manche Menschen waren nur in einem Kreis Viele in mehreren Andere wiederum nur damit beschäftigt Die Koordination zu bewerkstelligen Innerhalb der 400 Basis- und Ortsräte Gab es kaum ein Thema Dessen sich nicht irgendwo ein Kreis annahm Es gab Themenkreise Sozialkreise Und Wirtschaftskreise Themenkreise waren zum Beispiel Parlamentsvorbereitungskreis Bürgerhaushaltskreis Querkreis Liquid Solidarity Kreis Frauenkreis Youngsterkreis Seniorenkreis Wo kommen wir her Kreis Theater oder Kinokreis Sozialkreise hatten die Aufgabe Die Entwicklung der Solidarität In allen Facetten zu unterstützen Durch solche Kreise wie Konfliktlösekreis Strukturkreis Markttagkreis Begleiterkreis Für neue Besucherkreis Für die Betreuung von Kranken Traurigen Einsamen Eigenbrötlerinnen und Eigenbrötlern Oder der Koordinationskreis Der feste Feiernkreis Und der Narrenkreis Von dem wir noch hören werden Und die Wirtschaftskreise Hatten die Aufgabe Die ökonomischen Probleme zu lösen Wie zum Beispiel der Sonnenkreis Der alle Einnahmequellen Aus Solarenergie koordinierte Leih- und Schenkungskreis Leih- und Schenkungskreis Der die Lösung finanzieller Privatprobleme Durch Beratung und Vermittlung Von Schenkungen Oder Mikrokrediten Durch bessergestellte Ortsratsmitglieder Moderierte Oder auch die Gut Leben Gut Sparen Kreise Die immer auf der Suche waren Nach Einsparpotenzial Von Energie Rohstoffen Unnötiger Verschwendung Von Material Oder menschlicher Kreativität Zentrum des sozialen Lebens Der Markttag Sozialer Mittelpunkt Des Ortsrates War der Markttag Einmal im Monat Traf sich Wer Lust und Zeit hatte Wer Interesse hatte An Meinungsbildungen Teilzunehmen Mindestens jedoch Von jedem Zirkel Ein gewählter Marketender Marketenderin Es trug vor Wer um Hilfe Bitten wollte Und es trug vor Wer Unterstützung Anbieten konnte Hier wurde von Getaner Arbeit berichtet Neue Projekte vorgestellt Neue Menschen Lernten sich kennen Es war ein Tag der Begegnung Der Information Der Freude Der Sinnlichkeit Und Unterhaltung Mittelpunkt war das Sogenannte Spaghetti Essen Schon längst bestand es Nicht mehr aus Spaghetti Aber der Name war geblieben Der erfunden worden war Als die Aktivistinnen Und Aktivisten Vor Jahren merkten Dass Kommunikation Ohne Befriedigung Sinnlicher Genüsse Nur ein Bruchteil So produktiv war Wie wenn selbstgemachte Getränke Und mitgebrachte Speisen Ein Gemeinschaftserlebnis Vermittelten Dass das Herz Den Kopf Und die Sinne Erst öffnete Für die neuen Aufgaben Der Gemeinschaft Die Solidarität Verstand die Ortsräte Als Keimzelle Hausaufgabenbetreuung Die Mieter Wohn- und Wohngemeinschaftsberatung Oder das Konzept Oder das Konzept der Solarmoped-Werkstatt Mit der sowohl Die Ausstattung der Gemeinde Mit Solarpäts sichergestellt Als auch neue Jugendliche Interessiert werden sollten All diese Themen Wurden gern auch Mit der altmodischen Aber bewährten Methode Des World Cafés moderiert Überrascht Überrascht hat uns auch Der Ort des Markttages Im Sommer Auf dem größten Platz Der Ortschaft Am Ufer des Flusses Im Frühjahr und Herbst Im Bürgerhaus Ab und zu Mal in den Gärten Von Mitgliedern Oder Falls der Markttag In einem Kino Theater Oder Konzertsaal Stattfand Vor und nach Der Vorstellung In den Foyers Der einschlägigen Gebäude Die nun Endlich Sinnvoll Genutzt werden konnten Alles war öffentlich Wenn niemand Zu seinen persönlichen Fakten Und Daten Ein Diskussions Veto Eingelegt hatte Alles wurde im Netz Synchron Und live Übertragen Und laufend Protokolliert Alle Informationen Standen Allen zur Verfügung Es gab keine Hohlschuld Sondern die Kreise Brachten ihre Infos Und Ideen Ins Solidaritätsnetz Die meisten Markttage Hatten eine ähnliche Abfolge Nach der Persönlichen Begrüßung Jeder mit jedem Je nach Wunsch Mit Handschlag Armberührung Oder Umarmung Wurden neue begrüßt Durften sich vorstellen Und drei Wünsche an die Gemeinschaft Formulieren So dann Wurde Mit ihnen Eine Begleiterin Oder ein Begleiter Ausgesucht Die es ihnen In den nächsten Drei Monaten Erleichtern sollte Die Strukturen Zu erfahren Die als Coach Und Pfadfinder Für alle Fragen Der Neuen Zur Verfügung Stehen sollten Danach Trat meistens Der Narre auf In jeder Gemeinschaft Gab es einen Narren Und der hatte sich Unglaublich bewährt Er erzählte Alle Gerüchte Latrinen Parolen Hetze Erledigte sich Der Großteil Der Unterstellungen Von selbst Andere Fragen Konnten Im Verlauf Des Tages Konstruktiv Geklärt Oder Per Delegation An einen Unterkreis Der Klärung Zugeführt werden Nach dem Narren Gab es Zur Auflockerung Die Gelegenheit Zum Tanz Und zum Singen Durch körperliche Und stimmliche Aktivität Wurden Spannungen Abgebaut Und entstand Konstruktive Energie Für die weitere Arbeit Die oder der Moderatoren Die monatlich Wechselten Riefen dann Unterschiedliche Punkte Auf Meist Wurde ein Zehnminütiger Film Videoclip Gezeigt Manchmal nur Eine Sprachreportage Sie sollte Der Information Der Weiterbildung Und emotionalen Motivation Dienen In kleinen Sogenannten Murmelgruppen Wurde Und danach Für zehn Minuten Zu dritt Die Gedanken Ausgetauscht Immer unter Der Fragestellung Was heißt das Für mich Was heißt das Für unseren Ortsrat Nach Berichten Aus den Circles Welche in maximal Zehn Minuten Die Informationen Ergänzten Die im Solidaritätsnetz Schon zwei Tage Vorher eingestellt Werden sollten Anschließend Wurden die Mitglieder der Circles Jeweils in Vierer Gruppen Interviewt Und befragt Auch hier Sollte wieder Das Ziel Sein So viel Kommunikation Und so Dezentral Wie möglich Zu realisieren Nun begann Das Spaghetti Essen Und jeder Kann sich Vorstellen Dass dies Der wichtigste Teil Teil des ganzen Tages War Zu jedem Markttag Bereitete Eine Gruppe Das Essen Und Trinken Eine Die ästhetische Und technische Ausstattung Beziehungsweise Einrichtung Des Raumes War Oder 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 Einer der Moderatoren Moderatorinnen Verließ mit den Streitenden Für eine Kurzklärung Den Raum Meistens Gemeinsames Auf zu achten Das Jedes 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 Wenigstens Eine Möglichkeit Geboten Wurde Sich Einzubringen Auch hier Hatte sich Eine Gravierende Änderung Vollzogen Früher So erzählten Die älteren War immer Gefragt Wurden Was Muss Gemacht Wer Heute Wurde Zunächst Gefragt Wer Kann Was Tun Und Wer Hat Lust Dazu Die Zahlmäßige Entwicklung Der Solidaritäts Räte War Deshalb Überwältigend Waren Früher In den Parteien Gerade Mal 1,5 Prozent Der Bevölkerung Organisiert So Waren Es In Brandenburg Landesweit Bereits 22,7 Prozent Aller Menschen Die In Verschiedenen Zusammenhängen Der Solidarität Eingebunden Waren In Einigen Orten In Deutschland In Stadtteilen Von Leipzig Hamburg Oder Berlin So Wie Im Vogtland Und Im Schwarzwald Waren Bereits Über 50 Prozent Der Bevölkerung In den Zirkeln Aktiv Ungelöst War Vor allem Das Problem Der Solidarischen Produktion Hochwertiger Und Technologisch Aufwendiger Massengüter So war Die Regionalisierung Der Genossenschaftlichen Produktion Von Solar Und Wasserstoff Autos Ein Fiasko geworden Es Waren Nicht So Sehr Die Finanziellen Auswirkungen Sondern Sondern Vor allem Probleme Bei Der Zersplitterten Entwicklung Unterschiedlicher Technischer Und Ästhetischer Standards In den Regionen Immer mehr Mobilitätsräte Der Ort und Kreise Schlossen Sich Deshalb In Größeren Einheiten Zusammen Und Versuchten Sich An Einem Komplexen System Der Liquid Customer Feedback Um Die Wünsche Von Kunden Und Kundinnen Anwohner Und Anwohner innen Mitarbeiter Und Mitarbeitern Unter Einen Hut Zu Bekommen Wir Hatten Lange Gebraucht Um Ein Haar In der Suppe Zu Finden Aber Bei Genauerem Hinsehen Gab es Eine Unmenge Von Haaren Sie Verursachten Aber Nicht Stress Sondern Eher Einen Kitzel Der Herausforder Für Solidarische Lösungswege Einen Wermutstropfen Gibt es Noch Zu Berichten Die Heimreise Nach Berlin Mit dem Schnellboot Über Den Neu Entstandenen Fläming See Musste Ich Ohne Unsere Verlags Fotografen Antreten Im Zirkel Liebesschule Hatte Sie Sich In Einen Moderator Und Eine Mitarbeitende Web Designerin Verliebt Und Die Drei Beschlossen Künftig Zusammen Zu Bleiben Und Den Unterkreis Partnerschaftsmodelle Zu Gründen Mein Lieber Schwan Waren Das Eindrucksvolle Tage In Vielfalt Im Arz H H H H H Vielen Dank.